Es darf nicht entkommen! Keine Sorge, ich werde nicht zulassen, dass etwas unsere Produktion aufhält. Herr Steck, vergiss den Film doch mal! Das ist gar nicht gut. Also, keine rote Teppich-Premiere? Melita hat mir geheime Sachen vor der Kamera erzählt. Das könnte gegen Cybertronia verwendet werden. Das können wir rausschneiden. Wir brauchen den filmischen Moment, in dem du deinen Altmodus wählst. Nein, ich wähle kein Fahrzeug für deinen Film aus. Mein Spark sagt, die Zeit ist doch nicht reif. Und das sollte vorerst reichen. Was? Wenn es das Schild passiert, könnte man uns sehen. Start einer wilden Jagd mit hoher Oktanzahl. Oh, hab es gleich! Ich... Vor so nah wie möglich rein! Wir schaffen es nicht! Doch schaffen wir. Jawbreaker, los geht's. Und hab ich's geschafft? Äh, ja. Und zwar ganz ohne einen Altmodus. In diesem Sinne, schade, dass wir keinen gefunden haben. Wo ist die Kamera? Es tut mir so leid, Jawbreaker. Für... Für einfach alles. Ich wollte dir nur helfen. Ich dachte mit der ganzen Kraft des Films... Nächstes Mal sollten wir einfach die Kraft der Geschwister nutzen, okay? Das find ich gut. Ich hoffe, das ist kein Prank. Überraschung! Wir werden uns einen Film angucken? Unseren Film. Ich habe ihn gerettet. Moe und Thresh haben beim Schnitt geholfen. Ich dachte, du würdest deine Vision gerne auf der Leinwand sehen. Und das ist noch nicht alles. Ich habe ein Geschenk für dich. Dad sagt, manchmal nutzen Regisseure Motivsucher, damit sie ihre Szenen planen können. Vielleicht hilft es dir bei deinem nächsten Film. Ich bin total gespannt auf euren Film. Er wird toll. Das ist mein Mädchen und sie macht Filme. Ich bin so stolz. Und nun zu unserer Filmpremiere. Das ist mein Mädchen und sie macht Filme. Und han auch hört es, meine Frau. Das ist mein Mädchen und sie macht Filme. Und dann sch dampf tutto.